Hey, mein Name ist Tom und das ist TomTour. Heute bin ich wieder da und ich bin back in Business und ich gebe euch heute natürlich eine Erklärung, warum ich wegbade, denn das schulde ich euch irgendwie trotzdem. Ich verzichte heute mal ein bisschen aufs Intro, weil es einfach heute mal ein Thema ist, was mir nicht so leicht fällt, über das ich sprechen muss, aber irgendwie auch nicht möchte. Aber ich mache es jetzt einfach und ja, legen wir los. Und ja, es ist ein doofes Thema, von dem her alle, die ein Unterhaltungsvideo heute erwarten, schaltet ab, ist keine Unterhaltung, ist nur eine Erzählung. Als Erste, was passiert war, ist das, dass die letzte von meinen drei geliebten Katzen verstorben ist und das war schon anstrengend genug und die mussten mir einschläfern, weil sie ein Nierenversagen hatte und wir waren dabei beim Einschläfern und alles drum und dran. Die hat mich seit 18 Jahren begleitet, dieses Tier und da baut man doch durchaus eine Beziehung auf und dann hat man einfach keinen Bock, sich aufs Motorrad zu setzen und irgendwie lustig über irgendeinen Scheiß zu reden. Und das war das Erste und ich dachte mir so, ja, das übertauche ich, das passt schon, das kriege ich schon irgendwie hin. Und ein, zwei Tage später drauf haben wir dann Anruf bekommen, dass jemand aus dem Familienkreis verstorben ist, der auch eine Krankheitsstory hatte und das war dann so der ausschlaggebende Moment, wo ich gesagt habe, hey, ganz Leute, wenn ich jetzt ein Video mache, das würde nicht cool rüberkommen, das würde Unreal sein, weil ich mich einfach nicht darauf konzentrieren kann und einfach andere Dinge im Kopf hatte, als YouTube-Videos zu machen. Nein, es fängt zu regnen und ich glaube es nicht. Nein, ich brauche jetzt keinen Regen. Geschlechte. Ich habe es so befürchtet, dass es jetzt gleich zum Regnen anfängt und ich dachte mir so, ja, YOLO, ich fahre einfach. Und dann auch noch so richtig schöne große Tropfen. Jetzt kann ich gleich meine GoPro einpacken, weil die nicht wasserfest ist. Na, super. Danke für eure Aufmerksamkeit. So ist mein Sonntagsvideo ins Wasser gefallen. Yippie-Jay-Schweinebacke. Es tut mir leid, dass heute am Sonntag kein Video online gekommen ist. Es regnet. Yippie-Jay-Schweinebacke. Es tut mir leid, dass heute am Sonntag kein Video online gekommen ist. Es regnet. Yippie-Jay.